Chrom – seit Jahrzehnten eines der bewährtesten Materialien zur Beschichtung dekorativer Bauteile für die Automobilindustrie. Bis heute wird die Chromschicht im galvanischen Verfahren überwiegend aus Elektrolyten auf Basis von Chromtrioxid, auch Chrom 6 genannt, abgeschieden. Diesen Stoff hat die EU 2013 auf den Index ihrer Chemikalienverordnung REACH gesetzt. Damit ist Chromtrioxid langfristig, sofern möglich, durch Alternativen zu ersetzen. Da ein vollständiger Verzicht auf Chrom 6 derzeit bislang nicht realisierbar ist, hat BIA die Autorisierung einer weiteren Nutzung beantragt, die durch den Regelungsausschuss der EU-Kommission bestätigt wurde. Gleichsam hat BIA bereits 2007 mit der Optimierung und Qualifizierung einer alternativen Beschichtung auf Basis des weniger bedenklichen Chromsulfats Chrom 3 begonnen. Das Unternehmen hat die Entwicklung prozess- und seriensicherer Chrom 3-Beschichtungen maßgeblich vorangetrieben. So kann BIA bereits seit 2015 auf Chrom 3-Basis für die automotive Serienanwendung galvanisieren. Rund 700 Quadratmeter Oberfläche am Tag, verteilt auf 15 Artikel, werden für Hersteller wie Peugeot, Renault und Ford mit Chrom 3 prozessstabil und seriensicher beschichtet. Entsprechendes Anwendungs-Know-how und Handling vorausgesetzt, unterscheiden sich die Ergebnisse von Chrom 3 und Chrom 6-Beschichtungen sowohl in Optik als auch Beständigkeit nur noch wenig voneinander. Hier ist es insbesondere der intensiven Forschungsbemühungen und Langzeitfeldversuchen von BIA zu verdanken, dass anfängliche Unterschiede wie beispielsweise Farbabweichungen minimiert werden konnten. Die Anforderungen der Automobilindustrie an die Oberfläche werden bei Chrom 3 vollständig erfüllt, weshalb auch immer mehr deutsche Automobilhersteller eine Freigabe forcieren. Eine solche Freigabe würde für die Branche ein hohes Maß an Planungssicherheit bedeuten. Durch Realisierung neuer Modellreihen mit Chrom 3 Oberflächen ist die Versorgung mit der gleichen Oberfläche über die gesamte Modelllaufzeit gewährleistet, unabhängig möglicher Restriktionen für Chrom 6-Anwendungen. Damit ist der Reach-konforme Einsatz der hochwertigen Echtmetalloberfläche auch langfristig im Automobilbau durch die BIA-Gruppe gesichert. BIA – Die Oberfläche BIA – Die Oberfläche